Hallo zusammen, ich bin Rafi. Die meisten von euch haben mich wahrscheinlich eher unter dem Namen Ravkid. Wir sind hier am UE-Boom-Event. Und ich habe in den letzten Tagen ein Bild gemalt, das ich jetzt noch etwas weitermachen werde, das sich mit diesem Thema befasst. Und ich hoffe, euch bald mal schauen. Ich mache in erster Linie malen, zeichnen, illustrieren. Ich habe ein Tattoo-Studio, das heisst, ich bin täglich tätowieren. Ich habe einen Kleider-Brand mit einem guten Freund zusammen, wo man Kleider herstellt und vertreibt und ich fotografiere ihn. Jede einzelne Sparte beinhaltet etwas, was in einem anderen Feld. Und das ist ja irgendwie das Schöne am Kreativ zu arbeiten. Man muss sich nicht begrenzen und sagen, ich bin jetzt einfach der, der das und das macht, sondern man darf durchaus sich auf verschiedenen Ebenen ausleben und das einfach irgendwie geniessen. Für mich gibt es nicht die eine Inspirationsquelle. Es ist irgendwie alles und nichts gleichzeitig. Das Bild stellt ein Wesen dar, das ein Objekt zum ersten Mal sieht und fasziniert ist von diesem Objekt. Und ich habe mir ganz ehrlich gedacht, dass das von der Thematik her etwas sein könnte, das dem Auftraggeber gefällt. Und ja, das ist irgendwie so, es hat mich einfach irgendwie selber irgendwie fasziniert. Ich habe gedacht, es wäre vielleicht schön, das irgendwie darzustellen oder versuchen darzustellen. Jede Darstellung ist ja immer ein Versuch, es ist ja nie eine schlussendliche, perfekte Form von etwas. Das ist immer eine Annäherung. Und ja, für diese Arbeit jetzt habe ich diese Form von Annäherung gewählt. Wie ist es zum Hype? Und ich glaube, wir haben das vor allem zur richtigen Zeit gemacht. Ich glaube, das ist das Timing. Aber das war nicht einmal bewusst. Ich kann nicht sagen, das war ein bewusster Act von uns. Wir haben das Gefühl, jetzt braucht es das mega fest. Sondern wir hatten einfach genau Lust, das zu machen. Und genau dann hat es offenbar gebraucht. Weil man muss schon sagen, dass nach unserem Release in den letzten zwei, drei Jahren Brands aus dem Boden gespriesst sind, wie Blümchen im Frühling. Und vorher hat es das halt nicht so in diesem Stil gegeben. Und ich glaube, das hat mir einfach zur richtigen Zeit und richtigen Ort gesessen. Für mich macht ein guter Künstler aus. Also es klingt, wenn jemand Arbeiten macht, die die Leute in irgendeiner Art und Weise berührt oder bewegt. Eigentlich ist es wie ein Buch. Was macht ein gutes Buch aus? Das Buch, das dich packt, ist ein gutes Buch. Ein Buch, bei dem du einschläfst, während du es leistest am Nachmittag um zwei, findest du wahrscheinlich nicht so gut. Das gleiche gilt für Film, Musik, Literatur, Bild und Kunst für alles. Also alles, was mich irgendwie berührt, finde ich gut. Aber ich finde, es muss nicht immer alles schön sein. Ich habe mich jetzt selber angefangen, viel mehr darauf zu scheissen und einfach irgendetwas zu machen. Ich habe mich selber auch ein bisschen angefangen in diesem Bedürfnis, schönes Zeug zu machen. Aber das ist wahrscheinlich ein Defizit.